hallo und herzlich willkommen zur allerersten brandneuen folge von spielekreation ja was verbirgt sich dahinter ganz einfache hinterkundgeschichte eins meiner hobbys besteht darin spiele zu designen vor allem trading card games bzw collector card games es gibt viele viele auf dem markt die auch digital verfügbar sind aber kurz oder lang muss ich gestehen haben sich bei den meisten so viele probleme eingeschlichen dass sie entweder gar nicht mehr existieren oder aber aktuell auf einem level sind wo man nur mit großen einschränkungen spielen kann will da jetzt auch die konkurrenz gar nicht matig machen und stattdessen eins hervorheben was mir sehr gefällt magic the gathering da passt eigentlich alles aber eben weil es natürlich nicht immer genau das gibt was ich suche und ist extrem viel freude daran habe es was zu design habe ich als hobby wie gesagt dass ich spiele entwickle und das allererste was ich vor kurzem erst entwickelt habe möchte ich euch heute hier vorstellen heißt dungeons and devotions aber zuvor müssen wir uns leider erst mal mit etwas rechtlichen auseinandersetzen mit den copyrights denn im gegensatz zu anderen videos ist das hier nicht alles unter creative comments zu finden oder unter einer freien lizenz die ich euch freistellen kann weil ich für die bilder die ich habe leider kein zeichen habe ich selbst auch nicht gut zeichnen kann deswegen die bilder antor künstler verwendet habe unter anderem würdet ihr merken wenn ihr magic spielt vor allem woods of the coast in zeichen von magic das bedeutet die lizenz für diese bilder die liegt nicht bei mir sondern bei den entsprechenden lizenzinhabern was wiederum bedeutet für kommerzielle zwecke darf man die nicht verwenden also auch ihr nicht habe paar leute angeschrieben von denen habe bisher leider noch keine antwort bekommen wer weiß ob das noch kommt aber was ich hier quasi gemacht habe das ganze design das gameplay und so weiter das stammt von mir und das dürft ihr gerne auch nach absprache mit mir verwenden ihr dürft auch dieses spiel verwenden so lange es nicht für kommerzielle zwecke das heißt ihr könnt das alles selber gern mit euren freunden spielen und dazu sie hier punkt 3 unten habe ich euch einen link gemacht unter mediafire habe auch geschaut da kann man ohne anmeldung groß was machen und das heißt ich muss natürlich anmelden damit ich uploaden kann aber für den download kann man einfach über den link dahin und da stelle ich euch alles bereit wie gesagt mit der belehrung nur für private zwecke kein kommerzieller zweck kein vertrieb und so weiter sprich keine einnahmen damit generieren nur zum spaß da findet ihr alle karten die ich erstellt habe für die ich nenne es mal erste edition und ja wenn das gut läuft würde ich auch weitermachen so jetzt aber genug erstmal zu den ganzen rechtlichen zeug das hat jetzt schon drei minuten aufgehalten aber muss sein das regelwerk zum spiel ist auch oben hochgeladen und statt das jetzt schritt für schritt einzeln abzuarbeiten und euch quasi vorzulesen und euch danach gefühlten 20 minuten zu wecken möchte ich einfach dann einen kleinen let's play in anführungszeichen euch das spiel zeigen dort die regeln erklären allerdings zuvor muss man sich über verschiedene sachen gewahr werden ich habe an manchen punkten das regelwerk offen gelassen wo man selbst entscheidungen treffen kann natürlich darf jeder auch von den regeln so abweichen wie er möchte aber es gibt natürlich meinerseits vorschläge und zwar habe ich vorgeschlagen 10 siegpunkte zum sieg das hat sich bisher geeignet ich hoffe dass wir das in zwei stunden und damit zwei videos hinkriegen hat auch schon länger gedauert als faustregel gilt so ungefähr pro spieler und der teil nimmt dauert eine stunde theoretisch gibt es nach oben hin keine beschränkung wie viele leute mitspielen dürfen natürlich braucht man aber mindestens zwei mitspieler gibt auch noch andere siegtypen wie den zeitsieg aber wir spielen hier den punktsieg alles mehr darf zu im regelwerk so zum thema tod das heißt wenn einer der spieler ausscheidet habe ich mich für die variante vorübergehender tod mit punktstrafe entschieden das bedeutet wenn ein spieler sterben würde kommt er stattdessen 9 spiel verliert aber paar punkte und zwar in höhe der summe der helden die in seinen dungeons sind das werdet ihr dann auch noch gleich verstehen das jetzt nur vorab das dritte sind zehn runden welbschutz was bedeutet das das bedeutet so viel wie in den ersten zehn runden kann eigentlich nichts schlimmes passieren und der vierte punkt einflusspunkte da habe ich die sogenannte auktions variante gewählt die andere variante hat sich mehreren testspielen nicht wirklich geeignet die er macht das spiel deutlich spannender und zwar kriegt man jeden zug einen punkt und ja dieser punkt oder diese punkte erhöhen sich jedes mal um eins pro runde und dadurch effekte und man kann quasi attraktivität damit verändern auch dazu kommen wir später so soviel erstmal zum vorgeplänkel kommen jetzt mal zur eigentlichen übersicht noch ein bisschen kleiner das heißt größer je nachdem wie man es sehen will brauchen moment zum laden was ihr für das spiel braucht natürlich neben den karten und dem regelwerk das regelwerk natürlich auch nur dann wenn ihr es nicht aus dem kopf kennt was am anfang wo ziemlich wahrscheinlich sein dürfte ist folgendes jeder spieler braucht ein deck bestehend aus 60 karten plus sein avatar dass der hier machen wir kurz einen überblick hier ist das deck ich kann natürlich die oberste der karte nicht wirklich verdecken deswegen habe ich es so gemacht aber eigentlich sie verdeckt und dann gibt es noch ein deck dass das hier der sogenannte ereigniskarten stapel der wird von allen spielern zusammen erstellt sprich 60 karten geteilt durch anzahl spieler und beinhaltet quasi ereigniskarten helden items etc auch dazu während des spiels werdet ihr sehen was da so passiert und was es damit auf sich hat was ich jetzt noch kurz erstelle ist ein textfeld das passt nämlich ganz gut zur erklärung wie ich ja gesagt habe kriegen wir jeden zug attraktivitätspunkte beziehungsweise diese sogenannten diplomatie punkte für attraktivitätspunkte und ja die tun wir jetzt einfach hier neben jeden spieler summieren oder am besten trunters besser zu sehen so gut es gibt natürlich noch verschiedene regeln man kann das spiel ganz normal spielen mit dem deck was jetzt hier ist das heißt man sollte den spielern natürlich entsprechend einen deck nach den eigenen maßstaben geben es gibt auch seltene gewöhnliche ungewöhnliche karten von der seltenheit her wenn man das machen will dann kann man wirklich einfach loslegen die sind alle level 0 aber die karten können wenn man es als trading card oder collecting card game spiel möchte auch gerne leveln und zwar empfehle ich folgendes nach dem spiel muss man sich einigen wie viel gold man bekommt da gibt es verschiedene varianten die findet ihr auch im regelwerk will ich jetzt auch gar nicht dazu erzählen weil auch eine display wer es nicht machen gegen das gold kann man dann ein booster kaufen das sollte pro edition 100 kosten und halt immer ein bisschen teurer werden auch das steht glaube ich im regelwerk und buch zu bestehenden regler aus einer seltenen drei ungewöhnlichen und fünf gewöhnlichen karten so ohne karte aufzuläffeln benötigt folgendes man braucht jetzt nach folgender stufe noch mal ein diese karte mehrfach bei einer seltenen area brauchen wir die acht brauchen noch mal mehr und kann die dann auflöfeln indem man die quasi im spielleiter wieder gibt er kann die auch später wieder verkaufen bei ungewöhnlichen da braucht man wiederum drei sprich man gibt eine man wählt eine aus die man level erhöhen möchte gibt 3 level 0 dazu die 3 level 0 die gibt man weg und da hat man level plus eins und bei gewöhnlichen da braucht man direkt fünf stück die man abgeben muss um quasi die sechste um ein level höher zu bringen es hat mit der seltenheit und dem verhältnis der karten zu tun nämlich die verteilung ist genau wie in dem booster es gibt 1 zu 3 zu 5 seltene ungewöhnliche gewöhnliche karten so jetzt überlege ich gibt es noch kunden legen was wichtiges zu erzählen bevor wir hier überhaupt loslegen ach ja genau wenn man die karten geläffelt hat ist natürlich gut ein starkes deck sich zu bauen klar aber für die ereigniskarten jeder spieler gibt zum beispiel wir spielen zu zweit das heißt jeder 30 eigniskarten geben da gilt dass der durchschnittslevel dieser ereigniskarten mindestens so groß sein muss wie die aus dem eigenen deck das ganz einfach macht eine excel tabelle schreibt da quasi einfach die level auf addiert die teilt die im vergleicht bis es passt aber wie gesagt hier ist das nicht so wichtig wir spielen dafür 0 ihr braucht bloß die karten die ihr dann ausschneidet oder digital paar token wären nicht schlecht oder würfel würfel brauchen wir sowieso weil man würfeln muss man braucht einen 6er einen 20er und 100er theoretisch brauchen 100er oder 10er weil ihr seht hier kommen auch zwischenwerte raus und das ist so natürlich auch gewollt und ich kann das 10 mit der exe tabelle gut darstellen bei den 100er würfel geht es natürlich nur indem man den 100er plus 10 10er addiert gut jetzt fangen wir einfach an ich beginne mal mit dem spieler oben so zumal bis dran dass wir was erkennen das ist vielleicht ein bisschen zu großzügig gewesen das ist besser hier sind es gerade so viele sachen die er quasi laden muss weil so viele in spiel sind da braucht eine weile das hier oben in roten herz dargestellt die hundert sind die lespunkte die man hat siegen die auf null dann verliert man halt die siegpunkte und zwar in der höhe der anzahl der siegpunkte von allen helden samt ihrer ausrüstung die sich nicht befinden denn ziele spielt das sollte ich vielleicht noch vorweg sagen besteht darin baut euch euren eigenen traum danschen mit kreatoren fallen türen und so weiter lockt helden an besiegt diese helden kriegt dafür siegpunkte und habt die nötige anzahl siegpunkte vor eurem gegner gefahr ist natürlich wer zu viele anlockt der läuft gefahr selbst überrannt zu werden so jeder hat ein avatar der zählt nicht zu den 60 karten aus denen das deck besteht dazu der hier oben hat unseren freund der win ihr seht jeder ist dann auch eine rare die sind alle vergleichbar natürlich in der ersten edition und seine fähigkeit ist erstattet mit ein grün so man könnte das jetzt einfach mannen das ist nicht zwingend falsch genau ist aber der begriff grenzwert weil für menschen spielt der weiß mana generiert sich bekommt man wieder aber die sachen hier werden permanent verbraucht deswegen schlägen wir den punkt hier hin ein hammer so oder stehen am besten sogar daneben ist die man besser grün auf grün ist blöd es hat jeder dieser helden außer einer der hat dafür mehr leben und die fähigkeit einfach zu kann man vier handkarten abwerfen und dafür einen grenzwert bekommen wenn man das deck gut zusammengebaut hat braucht man das eigentlich nicht wichtig ist dass man genug raumkarten drin hat denn die bringen einen die grenzwerte ein und die 100 die hier unten stehen hat das sind quasi hier oben im pinken herz sehen wir die aktuelle attraktivität mit der wir quasi helden anlocken also unser dungeon hat aktuellen attraktivität von 0 und jeder dungeon bau beginnt damit dass man 50 also freie räume die keinen grenzwert bringen legen für den tipp für anfang als tipp empfiehlt es sich verschnürkelte gänge zu legen einfach es gibt ein paar helden haben distanzangriff das heißt die können aus der distanz erhalten gibt auch noch keine kreaturen die das haben das heißt ein langer gang ist zwingend nachteilhaft weswegen wir das meiden sollten der avatar von uns hier der stellt der dungeon master der stellt quasi ja das ende vom dann schon da das ziel und muss geschützt werden nehmen wir noch ein paar runter 12345 bauen hier ist dann schon nach dem selben prinzip beziehungsweise das ist ja nur der anfang vom dungeon das werdet ihr aber gleich sehen so wichtig ist dabei es dürfen keine räume so aneinander grenzen dass ein großer raum gebildet wird also es muss ein eindeutiger fahrt sein es darf auch keine abzweigung oder so nach oben gehen es muss ein eindeutiger fahrt sein das ist zwingende voraussetzung ansonsten kann man da relativ frei bauen so die partie startet damit dass ein spieler per zufällswurf ausgewürfelt wird ich entscheide mich jetzt einfach von unserem derwin hier und dass man sieben handkarten zieht das hier ist das deck ziehen jetzt die sieben handkarten raus 1234 hätte ich ein bisschen mehr schieben sollen sei es ein bisschen weg zu mal was dann schlecht die karten größer brauchen erst mal am anfang weil ich dazu gern was erklären möchte so war mir 400 genau so 567 man kann auch schon an der färbung der karten erkennen oben was es handelt die transparenten das sind raumkarten hier natürlich als grünes deck natur grün sind fallen und lila sind zauber braun sind hindernisse jetzt schaue ich mal sieht irgendwie so die raumkarten seinem wichtigsten pro zug dem hat darf man insgesamt etwa entscheiden eine raumkarte zu spielen um den dann zu vergrößern und bekommt ein grenzwert der farbe dazu oder variante zwei man wirft den raum ab und bekommt doppelt so viele grenzwerte dazu das erste mache ich jetzt mal hier der scroll soll den friedhof darstellen ich werfe ein meiner räume ab bekommen jetzt zwei grüne grenzwerte zack zack die spieler spielen nebenbei nacheinander man kann das aber auch simultan machen weil danach kommt züge es macht eigentlich kein unterschied wenn ihr euch gegenseit vertraut könnt ihr um das zu beschleunigen simultan spielen so ich habe jetzt drei grenzwerte und die grenzwerte kann ich jetzt investieren ich habe leider kein zauber auf der hand aber die kosten die ein zauber hat die heißen bedeuten nur dass man so viel grenzwert bereithalten besitzen muss der verbraucht sich nicht für alle anderen für alle dauerhaften karten hier in rot die kreatur dieser krassen alliehe phosaurus oder hier falle wie der folterschnetzler in grün da verbraucht sich der grenzwert dauerhaft man darf allerdings auch karten die man hat opfern und bekommt dann die entsprechend den grenzwerte die angezeigt sind wieder allerdings bei dem folterschnetzler zum beispiel würde ich drei graue grenzwerte wiederbekommen und keine grünen und das finde ich nachteil weil grau kann alles sein also ich kann jede farbe investieren um grau zu bezahlen aber wenn ich einen grauen grenzwert habe kann ich den nur für grau ausgeben das heißt man verliert wertmäßig nichts aber strategisch ist es schon ein verlust so und ich überlege jetzt am besten ist es am anfang der kreatur zu spielen weil wir schauen uns jetzt mal hier eine kreatur an oben die kosten sagen jetzt mal zwei grüne plus ein graues macht drei grenzwert kann ich mir leisten die 10 hier mit dem d20 dargestellt liegt daran es wird immer nachdem die spieler dran waren in 20 erwürf gemacht und wenn ein vielfaches hier als im fall 10 oder 20 erwürfelt wird dann erhöht sich die population hier unten sieht man maximal vier und kreaturen starten mit einer population können ihr maximum erreichen und wenn es zum kampf kommt wird gerechnet die population mal den angriff ist der schaden den sie vorsachen und die lebenspunkte ist wie viel sie aushalten ehe die population 1 sinkt erreicht die population oder die ladung von der falle 0 bleibt die karte noch im spiel aber wirkt quasi nicht mehr bis wieder der wurf gemacht wurde oder man sie halt opfert die zahlen in klammern hier beim angriff cd 8 in klammern 2 das bedeutet so viel angriff kriegt diese karte pro level dass sie hat dazu das heißt sie sind sie alle lecker 0 8 angriff hat sie jetzt wer die aber level 1 da wird sie pro population nicht 8 sondern 10 schaden vor sachen so jetzt bringe ich dir aber auch mal ein spiel in den ich meine drei grenzwerte ausgebe so und als kreatur ist es eigentlich am besten sagen sie die population niedrig ist dass sie wachsen kann am besten dann für zehn runden pro raum nebenbei darf nur eine bleibende karte liegen das heißt wir müssen da uns auch strategisch bisschen rein teil so jetzt muss nur kurz schauen dass da dass die population die habe ich mir gedacht stelle ich hier so da ist aktuell ups kommen nach vorne bitte zack das machen wir bitte bei allen hiervon und auch hiervon bitte bitte ihr ganz nach vorn ihr seid hohen ihr müsst euch vor sein so startet wie gesagt population 1 für den welpenschutz müssen wir auch die runden zählen deswegen nehme ich jetzt einfach mal so ein toben und mache hier in der mitte quasi in kleinen zähler rein wir sind aktuell 0 runden vergangen nach zehn runden hörte werbeschutz auf so jetzt habe ich keine grenzwerte mehr kann auch nicht mehr viel machen meine kreaturen darf ich einmal pro zug rücken oder angreifen beim kampf fügen sie sich also der angreifer und die kreatur sich gegenseitig schaden in höhe ihres angriff mal der population zu das heißt für mich ist meistens angriff nur dann wichtig wenn ich schnell den helden töten möchte lauf aber gefahren natürlich deutlich mehr schadens kriegen weil wenn der hält mich dann auch noch angreift habe ich quasi in der runde zweimal schaden erlitten und vielleicht sterbe ich vorher die helden sind nämlich recht stark es soll ja auch anspruchsvoll sein okay der zug ist vorbei von uns was ich vergessen habe trotz erster spieler ziehen wir trotzdem eine karte hätte ich jetzt auch ein zauber zwar die inspirierende anziehung ihr seht hier braucht gar nichts bereithalten kann ich immer spielen und das führt dazu dass ich wenn ich ein spiele bis zum ende zuges zwei attraktion habe also eine höhere chance am held anzulocken und dass ich eine karte nachziehen kann auf den aktuellen level so jetzt kommen wir zu unserer spieler zwei heuretika quasi dieselben fähigkeiten nur mit einem weißen deck startet mit einem weißen grenzwert zack da ist er und auch hier beginnen wir damit dass wir quasi sieben karten ziehen man kann nebenbei entscheiden eine mulligan zu machen wie bei magic das heißt man legt die karten weg und zieht neue aber immer jedes mal eine weniger ausnahme ist natürlich ihr könnt nachweisen dass sie nicht ein einziges eine raum karte auf der hand habt dann dürft ihr in den kostenlosen maligen machen so kommt man hier rüber freunde das spiel rechts ihr seht ihr habt auch den folter schnellste die decks zum anfang von mir ident oder identisch gestaltet wurden bis auf die sachen die farblich sind damit auch der schwierigkeitsgrad immer angemessen bleibt wir wollen hier nicht gleich ganz vorricht starten die firmen jetzt 34 und dann ziehen wir quasi noch eine karte nach ich wollte den jetzt gern haben hier seht ihr auch schon einen anderen kartentyp in braun die rankenmauer eigentlich grün aber kostet nichts deswegen kann ich sie auch in den weißen oder in jedem anderen deck spielen gibt nebenbei wie bei magic fünf farben hier ja die rankenmauer das ein hindernis das heißt kann sich bewegen es steht halt einfach nur den helden im weg sehr die fähigkeit regeneration hier mit dem grünen kreuz dargestellt vier in klammern eins also steigt auch pro level 1 die fähigkeit und das bedeutet in den zug wo sie keinen schaden bekommen hat heilt sie sich um vier hp wieder bis zu ihrem maximum das ist also eigentlich ganz gut wenn man den helden davor los wird dann heilt sich die mauer wieder so wir machen auch hier wieder das was wir gerade vorhin gemacht haben wir werfen am besten das weiß vorne liegt eins unserer sachen ab wir haben nicht genug platz kriegen zwei grenzwerte dazu also zwei weiße grenzwerte hätte vielleicht noch dazu sagen müssen so und haben jetzt drei zur verfügung und auch hier sollten wir darauf achten dass wir eine kreatur spielen die nicht volle population hat die hat zum beispiel volle population bringt nicht zwingend was die eigentlich zu spielen ist besser wir behalten das erstmal auf der hand weil aktuell kann es auch nichts passieren sie hat nebenbei auch noch eine fähigkeit wie ihr seht hier sind schild zwei das heißt rüstung jeder schaden den sie bekommt wird um die höhe des schildes verringert ist also ein höheren level vor allem eine ziemlich geile fähigkeit okay damit sind die züge der spieler fertig jetzt kommt die sogenannte würfel oder runden phase in der wirklich auch gewürfelt wird mache ich jetzt mal hier mit 20 das heißt unsere mittlere darstellung hier es kommt eine 15 raus spielt aber jetzt gar keine rolle weil wir nächsten effekt haben wo da was hätte weil die einzige karte die jetzt hier was hat wäre hier unser lifosaurus aber der pro 10 oder 20 um sich fort zu pflanzen sage ich mal die nächste phase wäre jetzt eigentlich die ereignis phase aber wir haben zehn und welmschutz das heißt der schutz timer steigt jetzt um eins damit fällt auch die darauf folgende helden phase weg wo die helden was machen können und es geht ganz normal jetzt mit der zweiten runden weiter dass wir erstmal wieder mit unserem spieler 1 hier karte ziehen hat jetzt auch quasi in der mauer gezogen ich brauche immer noch grenzwert schmeiße also den nächsten raum erst mal weg genug platz habe ich ja kommen wieder zwei grenzwerte dazu schaue ich ob mit dem was machen kann dann brauchst du nicht extra raussuchen komm du mal zur seite ich brauche noch ein bisschen platz mit denen kann ich und will ich eigentlich auch noch gar nichts machen ist besser die jetzt erstmal zu sammeln deswegen hole ich mir die erstmal wieder hier das sind nebenbei ein stern dargestellt die siegpunkte ja nun gebe ab zu spieler 2 der natürlich jetzt auch eine karte erstmal nachzieht ja die kann man denke ich auch gleich abwerfen ich habe die text nebenbei jetzt hier so optimiert das eigentlich da der grenzwerte hat genau ausreicht und auch bedacht mit räumen es sei denn ich habe mich verrechnet was jetzt allerdings mal ganz ich hoffe nach jetzt warum moment war ja zwischen speichert so ok und zwei weise grenzwerte dazu zack so beenden den zug es kommt zum runden wurf eine eins das ist quasi mega los das bringt niemandem was und statt eine ereignisphase haben jetzt den zweiten welpenschutz auch gebraucht erstes spieler ist wieder dran und wir ziehen einen funkelnden salamander ja der hat auch keine volle population deswegen kann ich den eigentlich ganz gut gebrauchen werfe erstmal wieder einen raum ab um zwei grenzwerte zu bekommen wenn ich mich nicht ganz doof anstellen würde würden die auch besser passen so gebe einen wieder aus für den salamander der kostete eins und setze ihn jetzt auch erstmal hinten hin und auch er startet natürlich mit einer population seltsam ist dass ich gesagt habe die sollen alle ganz vorne sein aber ok ich versuche das jetzt noch mal wenn es nicht geht dann muss ich es halt bei allen einzeln machen gut damit ist geben werft zu spieler zwei wie gesagt wenn ihr das selber spielt kann das simultan ablaufen sagen jetzt auch kein helden oder so kommt es ist alles nur aufbau ihr werter merken diesen welpenschutz den braucht man damit man überhaupt dann eine chance hat der hier da lohnt sich was auszugeben denn hat vier mögliche population schmeißen also wieder so eins erstmal weg wir haben es ja und noch brauchen wir keinen raum not ich gebe jetzt einfach nur eins statt zwei weil ich ja quasi zwei bekomme und für den wieder eins investieren muss das heißt also mathematisch kann ich sagen bekomme ich einfach ein dazu so mein kleiner akkult der hat die fähigkeit fliegen wie unten bestimmt sehen könnt und ja das heißt einfach es gibt kreaturen die fliegen auch und kreaturen die fliegen haben die gemeine fähigkeit die können über hindernisse hinweg fliegen und über kreaturen die keine flugfähigkeit haben und ja kommen damit quasi ja man kann sie nicht blocken und zurückhalten aber jemand der fliegt der kann sie zurückhalten und quasi zwingen an der stelle zu bleiben deswegen für den diese sache ist eigentlich ganz gut ja damit ist auch der zug von ihr vorbei wir würfeln mal wieder so eine vier das dürfte kein was bringen hier hat keiner vielfaches von vier das heißt wir kommen zur ereignisphase die sich durch den welpenschutz kennzeichnet und kommen wieder zum ersten spieler den wir bin ich bereit gleich zu opfern so kommen als noch zwei grenzwerte dann das spieler 2 dran die phasen brauche ich jetzt nicht erklären ich meine es seht dass es läuft eindeutig ich habe jetzt eigentlich so viel grenzwerte dass ich theoretisch nicht mehr die abschmeißen müsste aber da ich noch zwei auf der hand habe mache ich das jetzt erst einmal was man hat hat man auch so zack zwei grenzwerte dazu hoppla schreibe ich so viel auf vorrat hier oder bin ich einfach nur blind ok ich bin einfach nur blind aber es ist kein problem wir können hier copy paste machen so schon haben wir zwei grenzwerte mehr ok runden phase eine sechs bringt auch kein was gehen zur ereignisphase über die zum welpenschutz wird ich stelle gerade fest eigentlich ach nee da habe ich den friedhof gelegt alles klar gut und kommen dann jetzt quasi wieder zu spieler 1 was jetzt allerdings vergessen hat wir haben jetzt vier phasen rum es gibt ja jeden zug diplomatie punkt das heißt jeder der spieler ist jetzt so bei diplomatie 4 wenn ich mich täusche hat nichts hinterher also diplomatie 5 sogar so zack hat aber gezogen länder beziehungsweise räume ich sage jetzt mal länder weil ich es gewohnt bin scheinen doch kann ich noch während traur ich mir werfen wir ab das heißt zwei grenzwerte mehr wundert euch nicht dass wir so viele haben die wärme noch brauchen wenn dann die richtig teuren sachen kommen dann sind die ratze fatze weg gut spieler 2 ist wieder dran ein kleines gold section das ist auch eine fallen karte aber anders als die anderen ihr seht da steht gar kein effekt das liegt unten daran ihr seht gelb als blitzer gestellter sind die ladung eine falle kommt mit vollen ladungen rein und kann so oft wirken wie sie eine ladung hat sache ist die wenn man ein vielfaches vom würfel macht kriegt ja auch wieder ladung dazu solange sich keine kreatur drauf befindet das ist immer die voraussetzung also keine kreatur kein held meine ich damit aber was sie ja noch hat ist attraktivität ihr seht das pingherz plus eins das macht den dungeon halt dann attraktiver für helden und sobald wir eigentlich massive verteidigung haben und schauen wir uns jetzt gerade so um die können wir bauen lohnt sich das deswegen werde ich in diesem zug mal meine erale akkulitin hier wegrücken eins vor und das kleine gold section dahin setzen wo es am wenigsten schaden verursachen kann nahe bei mir und damit erhöht sich meine attraktivität um eins weil jetzt die helden sehen hey da gibt es gold will ich auch haben das ist so jetzt der sinn hinter dieser karte jetzt schaue ich nur wir haben wirklich viel anziehung haben noch drei freie räume ich würde sagen wir machen erstmal nichts und gehen zum rundenwurf und auch der war wieder mal für niemanden positiv wenn wir jetzt weiter zu werfen kriegen wir das problem dass irgendwann helden kommen wir haben nur eine population und alles stirbt aber okay sei es drum das war der fünfte welten schutzrunde deswegen jetzt auch die fünf spiel eins wieder dran kriegt seinen diplomatie punkt zieht eine karte nach dass ein zauber der attraktivität bringt kann die schaden das heißt sie bringt immer attraktivität die ersten zauber hier aber was wollte ich jetzt sagen ah ja bei dem ist es halt so der ist ein bisschen anders ich mach dir jetzt mal wirklich nach außen die beiden ähm genau der heilt einen auch noch um vier das ist jetzt nicht viel aber es ist so wenn ein held durchkommt und überlebt dann verursacht der einmal schaden an eigenen dungeon master er auf dem friedhof landet das eine varianten oder ein der zwei varianten wäre er komplett mit seiner ausrüstung wieder unter den ereignis kann stahl gelegt wird wir haben aber hier dass er quasi auf dem friedhof landet und keine punkte bringt ja weiter tun werde ich nix so dass unser zweiter spieler wieder dran ist er kriegt erst mal wieder diplomatie punkt den er später ein trink braucht ok jetzt haben wir wieder genügend das heißt den kommen abschmeißen wir haben zwei auf der hand damit können wir massiv aushalten erst mal weg damit und zwei attraktivität dazu ich glaube ich lege jetzt mal vielleicht sogar daneben wenn jetzt doch einige hier so ja weiter machen wir nix weswegen gewürfelt wird eine acht bringt uns auch nichts oder der ein vierfaches von fünf ach ich glaube der salamander die habe ich vor uns gar nicht bedacht wir hatten vor uns eine vier und jetzt eine acht das sind beides vierfache das heißt der vorhin und jetzt noch mal eine population dazu kriegt hat eine population von drei ok gut war doch nicht ganz sinnfrei werben schutz gehen runde weg und unser erster hält es wieder dran unser erst avatar platz machen jetzt hier eine karte zwei räume kann jetzt erst mal auf der hand halten würde ich sagen wir haben jetzt erst mal genug dass wir nicht mehr spielen können machen also weiter nichts auch hier erhöhen wir die diplomatie meins haben zauber in der falle nicht reiß ja der der die fähigkeiten den gegner zu fesseln und festungsmarke führt dazu dass er hält sich nicht bewegen und nicht verteidigen nicht angreifen kann aber dafür verliert er jeden zug eine fesselungsmarke womit er quasi dann auch wieder ja deutlich geschwächt ist weil man ihn angreifen kann das natürlich besonders gut wenn man kreatoren mit viel schaden hat aber ansonsten gibt es jetzt auch nichts weiter zu tun deswegen wieder würfeln eine eins bringt nichts jetzt gehe der welt schutz 1 weiter spieler eins ist dran die diplomatie erhöht sich wir ziehen eine karte nach hier auch direkt auf dem friedhof legen können wie ich sehe wir bekommen also zwei grenzwerte dazu unser anderer freund hier ist dran die heuretika ist natürlich klar dass ich jetzt hier quasi im single player anführungszeichen gegen mich selbst das ist natürlich nicht besonders geil es macht viel mehr spaß mit freunden sich gegenseitig ein dungeon aufzubauen und dann auch quasi gegenseitig kreaturen rein zu schicken so weg mit dir und jeder zwei dazu ansonsten machen wir nichts weswegen wir wieder würfeln eine 5 da passiert was da passiert was und zwar unsere engel hier bekommen eine population dazu zack hier oben darf nichts passieren der hat nämlich 4 und 10 genau das heißt es fällt wieder einen welpenschutz weg und so der wird das dran und bekommt einen neuen diplomatiepunkt zieht eine karte er hat jetzt auch ein kleines gold section da rücken wir doch mal klatt die kreaturen beide nach rechts legen dafür das gold section ein und bekommen einen diplomatiepunkt äh ein attraktivitätspunkt dazu sehr schön okay heuretika ist dran bekommt auch ein bisschen diplomatie zieht eine karte nach hat auch einen zauber gezogen der dann attraktion wieder bringt auch die sortiere ich mal hier rüber so die können wir übereinander legen es gibt nebenbei keine obergrenze für karten auf der hand also man kann beliebig viele karten auf der hand halten ist alles kein problem bei dem spiel hier so weitermachen kann man aber nichts zumindest nichts sinnvolles weswegen wir den zug beenden und würfeln 15 wieder für den kleinen akkuliten hier gut der geht auf 3 können wir fast schon überlegen den nach vorn zu setzen ein bisschen was mache ich jetzt auch erst mal die wahrscheinlichkeit dass er nämlich noch was dazu gibt jetzt recht hoch okay der welpenschutz wieder eine runde verfallen so genau er ist wieder dran wir erhöhen die diplomatie ziehen eine karte nach jetzt muss ich kurz überlegen es können ja bald helden kommen und eigentlich ist die falle mit der falle in kombination ziemlich nett wirklich nett werdet ihr würdet ihr sehen aber ich muss jetzt überlegen wie es baue weil es nämlich nur nettes wenn genug laufzeit ist das heißt ich sollte mein dann schon jetzt wirklich erweitern deswegen spiel ich die aus bekommen nur eingrenzwert muss überlegen wo wenn ich dann nach hier spiele hindernis da die falle da alles klar okay habe mir meine gedanken gemacht alles gut ihr habt noch ein bisschen zeit die die population voll ist okay gebe ab sie ist dran bei ihr gibt es jetzt noch nicht so die perfekte strategie aber perfekt das ist vielleicht ein bisschen übertrieben wieder die diplomatie erhöhen wir noch aber auch bei ihr müssen wir überlegen allerdings haben wir noch einen starken engel den können wir eigentlich direkt den kampf dann schicken und später nachrüsten oder wir nehmen die falle das ist vielleicht das vielleicht gar kein doofer gedanke ja lade mal schneller kumpel ja jetzt brauche halt im moment der muss halt ab man zwischenspeichern aber auch wir spielen hier unseren raum aus und ich muss wie gesagt kurz nachdenken wie der held schon hier kommt steht da hier das hindernis oder die kreatur oder engel hin beschwören zur not dann die mauer wenn es nicht geht und machen dann die festungspfeiler genau habt ihr euch toll überlegt leute ist eine gute strategie machen wir so gut erst mal wieder an grenzwerten leisten weiter machen wir nichts gehen also unsere würfelrunde 10 h das dürfte den liefersaus freuen der akkulit ist auch voll wunderbar den dürfen dann an die front setzen machen wir dann auch so ach der hätte ich natürlich vorigen zug noch gerückt war dabei den fortzurücken so wo war ich jetzt genau 10 das heißt auch unsere liefersaus hier kriegt eine population dazu net ja welpenschutz ist jetzt die zehnte runde welpenschutz gewesen das war es ab nächste runde wird es ernst aber erstmal ist unser derwin hier wieder dran kriegt ein diplomatie punkt aber wir ziehen zauber nach falls er in spiel kommen würde kommt er stattdessen erst nächsten zug ins spiel es wird nicht ersatzweise eigniskarte gewirkt das klingt jetzt nicht so toll aber man kann damit den gegner auch seine diplomatie punkte quasi ein bisschen abluxen wenn man jetzt nämlich auktionstechnisch bietet und der gegner sehr viel geboten hat kann man sagen nö der kommt nicht ins spiel sondern nächste runde und dann müssen muss er erst mal wieder überbieten womit wir einen vorteil haben oder man kann halt wirklich sag ich meine sich eine runde zeit erkaufen so das setzen wir hier brauchen ein bisschen platz bekommen jetzt auch einen grünen grenzwert dazu so jetzt wir haben haufenweise grenzwerte aber ich habe gesagt wir haben die tolle strategie ich will jetzt noch nichts verbocken hindernis kommt dahin hindernis kommt dahin genau und da kommt die falle ok passt 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 der folter schnitzler der kommt jetzt hier hin das kostet mich drei ich wünsche jetzt einfach mal das ist nämlich einfach als die hin und her zu schieben wenn ich sowieso kopieren muss ja und ihr seht hier als rotes zeichen das heißt schaden der hat einfach für zu schaden wenn ein gegner drauf landet hat sechs ladungen die müssen wir noch drauflegen so 1 2 3 4 5 6 wenn er mich lässt so hat sechs ladungen liegt nicht da wo ich gerade bin heißt er kann sechs mal aktiviert werden an ohne dass das passiert und seine fähigkeit seine tolle ist er verursacht bei helden die unter 300 hp sind egal ob durch schaden oder weil sie einfach weniger haben plus 50 prozent schaden aufgerundet ist also ziemlich geil wenn man jemanden hier drauf festhält werdet ihr sehen dann später so weiter mache ich dann erstmal nichts gebe ab und unsere heuretika ist dran die kriegt natürlich auch was mein diplomatie punkt und zieht eine karte nach die sanfte weise hat auch nur eine population was hat sie für eine fähigkeit ist sie real sie fliegt erstmals okay wenn die population einer deiner anderen engel auf 0 geht kannst du alle deine kreaturen und 20 hp heilen population steigt dabei nicht ist ganz okay wenn man eigentlich genügend davon hat und wir haben ja viele die nur eine population haben ist also eigentlich gar nicht mal schlecht wenn man sehr viele verletzt hat ihr seid voll ihr dürft an die front und auch hier legen wir jetzt einen raum da wen legen bekommen halt das ist nicht der den ich suche da wir legen bekommen wir halt auch nur einen einzigen grenzwert dazu haben aber genügend wie ihr seht also an grenzwerten man jetzt nicht wir haben hauptsächlich räume anfang gezogen so ich hebe die grenzwerte jetzt tatsächlich für den fall des kampfes auf und überlege jetzt auch vier mal vier sind 16 es ist jetzt nicht ganz so viel schau mal hat hier jemand mehr der 20 der 40 sogar ach ja das soll ich noch sagen wenn ein jemand verletzt sein hält und wird eine population dazu bekommen hat auch volle population dann wird er stattdessen komplett geheilt das ist noch eine ganz interessante regel so hier wird dann gekämpft deswegen lasse ich mal da wenn kreaturen nebeneinander liegen kann man nebenbei auch die position von beiden tauschen das gilt als bewegung für beide und hier spielen wir mal die lichtkreise hin die sollten natürlich sichtbar sein zack und das kostet uns vier marken vier grenzwerte und diese falle kommt mit drei marken ins spiel kreativ aber nicht das was ich wollte so an ob nun ganz nach vorn gut ist jetzt bisschen schwer zu sehen gelb auf gelb ja sogar zwischen besser ok damit hat sich alles gemacht was ich machen wollte das heißt dass ich machen wollte wir kommen zum rundenwurf eine 1 das bringt nichts so wir haben keine welten schutz mehr das heißt jetzt geht es die ereignisphase in der ereignisphase da wird jeden zug eine ereigniskarte gespielt für eine eigniskarten stapel dass die hier in dem fall das ist der alte kreis so gold oder rot gelb zeigt an dass es ein held oben seht ihr wenn man den in den eigenen danschen siegt bekommt man einen siegpunkt ist auch ein ganz schwacher alterer wanderer hier und ja ihr seht er hat selbst eine fähigkeit oder jeder hält hat so eine fähigkeit die jeder hat vorlieben der zum beispiel mag kurze dungeons das heißt dungeon die wirklich einen kurzen laufweg haben bevorzugt er ich habe hier acht mit meinem unten müssen wir auch acht haben das heißt wenn ich den wenn man den anlocken wollte der ist jetzt vorteilhaft einen kleinen dungeon zu haben wenn man auf die spielt zum beispiel ihr seht mit vier angriff hat er auch ein spiel 200 hp sieht jetzt viel aus ist es aber nicht so und jetzt geht es darum wohin kommt das war ein held aufregelt muss entschieden werden wohin der kommt und ja die kürzest dann schon keiner deswegen kriegt keiner hier den bonus jeder dungeon hat eine grundanziehung das ist also immer noch unentschieden wenn es unentschieden ist wird mit einem würfel ausgewürfelt oder aber es wird geboten und ja ich überlege gerade ob es sich lohnt für den zu bieten er bringt halt nur einen punkt und hat jetzt nichts besonderes ich behaupte jetzt einfach mal keiner äh bittet um ihn macht deswegen zufall zuwurf bei ungerade hier oben bekommt es oben bei gerade unten oben alles klar er wird jetzt in das dungeon hier gehen und startet dann hier so das war die ereignisfase und wenn ein held im spiel ist folgt danach die heldenphase sprich jetzt und das was ein held macht ist er bewegt sich und versucht dann anzugreifen also eine tür ein hindernis oder halt einen dungeon master deswegen er bewegt sich jetzt hier auf den folterschnetzler steht auf der falle wenn er auf der falle steht dann wird eine marke entfernt ob man will oder nicht zack es wird eine marke entfernt und der effekt triggert und der effekt ist halt 40 schaden hat er weniger als 300 dann stimmt ich wollte ihn eigentlich noch gar nicht haben oder muss ich kurz nachdenken nee hier ist die strategie ja noch gar nicht aufgebaut jetzt muss ich kurz schauen könnte ich den verkraften sagt dann 40 schaden 5 ladungen ja würde ich zur not verkraften können okay ich lasse ihn jetzt mal da so also da jetzt da drauf steht kriegt er 40 schaden hätte er unter 300 hp hat er nicht dann hätte er stattdessen 50% mehr schaden bekommen sprich 60 aber so wie es ist bleibt er jetzt da drauf also ist er jetzt erstmal da drauf und kriegt 40 schaden hiermit stelle ich das jetzt mal da habe ich schon vorbereitet das ist wie bei der Kochsendung habe ich schon mal vorbereitet so machen wir uns ein bisschen in die Ecke damit er nicht ganz verdeckt ist der Ollermann so 40 hat er schon mal okay jetzt wäre auch quasi die Heldenphase vorbei und denke das ist jetzt ein guter Zeitpunkt mal ganz grob gezeigt wie das Spiel läuft so sehen wir bei das fällt jetzt mal in der Übersicht aus so einigermaßen ja so wird jetzt das Spiel ablaufen man konkurriert jetzt quasi weiter um die Helden um Punkte zu generieren oder darum mögliche keine Helden haben weil man kurz von Tod ist und sonst Punkte verliert mit Kreaturen und Fallen und ja diese Partie werde ich dann im nächsten Video quasi in Teil 2 hiervon weiterspielen damit ihr mal seht wie es weitergeht das gibt es aus den Parkkartentypen die wir noch nicht gezogen haben das sind die Ereignis- und Gegenstandskarten zu denen kommen wir dann später und ja bis dahin hoffe ich euch hat das Prinzip erstmal gefallen wie gesagt wer Lust hat kann das gerne nachspielen den Link wo ihr die ganzen Sachen dazu findet ist hier dargestellt ich markiere es nochmal aber ich werde das auch in die Beschreibung reinpacken und falls ihr die Dateien nicht öffnen könnt ich arbeite mit OpenOffice das sind OpenOffice-Dokumentdateien bitte Bescheid geben dann muss ich die jetzt als PDF hochladen das geht aber auch deswegen freut euch wie die Partie weitergeht wenn euch das gefallen hat dann gebt mal bitte Bescheid ob ihr noch mehr solcher Videos haben möchtet weil dann werde ich wahrscheinlich auch versuchen mal in die Richtung zu gehen dass ich auch die anderen Spiele digitalisiere bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr dieses Spiel spielen solltet viel Erfolg beim Sammeln der Siegpunkte Tschüss